Hallihallo Hallöchen und Willkommen zu Sacred 3. Ja, wir starten direkt ins Spiel. Mit Vajira. Auf geht's meine lieben Freunde. So, dann wollen wir doch mal. Was steht denn heute an? Oh, wieder ein kleines Level, also etwas, was hoffentlich oder vielleicht, oder eigentlich auch nicht hoffentlich, egal, auf jeden Fall schneller geht. Wir machen das Spiel erstmal ein bisschen leiser. So, ich muss mich erstmal wieder mit der Steuerung zurechtfinden. Hat mal jemand meine Minimap gesehen? Und los geht's! Greift alles an, das euch angreift. Mhm. Bis hier. Heiß! Heiß! Vielleicht was, aber da kommen noch mehr. Ja. 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 Ja! 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 Fühlt sich gut an! Ihr könnt stolz auf euch sein. Und jetzt geht heim. Wie? Das wird's doch jetzt wohl nicht schon gewesen sein. Doch, tatsächlich. Also liebe Leute, genau wie in der letzten Woche ist dieser Part von Sacred 3 einfach winzig klein. Ich glaube wir sind bei drei Minuten oder sowas. Es tut mir wirklich leid. Das heißt, ihr müsst wohl leider auf den nächsten Part nächste Woche warten. Ich könnte natürlich jetzt einen hinten dran hängen, aber nein. Ja. Demnach wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Eure ThimbleTech. Dr.